Wasser oder was? Ah ja So ich glaube wir müssen jetzt Laut dem Map müssen wir jetzt hier praktisch der Straße folgen also hier über den Berg Na über den Hügel Ich hätte dann das mal über den Hügel laufen Denk von dort aus könnte man es eigentlich schon sehen Ich war einmal auf dem R-Field und da hatten wir übel krass Action Ja man Da war ich mit dem Kumpel unterwegs Und Ja dann ist er auf einmal mit dem Jeep rumgefahren also noch in der Mod Umgefahren und hat irgendeinen gejagt der irgendwie auf dem Motorrad oder so weggefahren ist Alter Alter Sehr lieb Dann Mein Kumpel schießt halt so auf dem Jeep und hat den Fahrer erwischt gell Dann siehst du schon wie der Jeep langsam wird Ja Dann Der Motorradfahrer ging sonst her ist abgestiegen Und War halt übel nah dran gell Mein Kumpel hat halt nur eine Sniper gehabt Okay Und Der Typ der zu schlecht geschossen hat Mein Kumpel nicht erwischt Mein Kumpel Hat vollspekt gemerkt dass er hinter ihm ist gell Ja Hat versuch gesagt Ey der ist hinter dir hinter dir gell Er springt Söööö Er springt Er Sah halt so aus Okay Er dreht sich halt übel schnell um gell und schießt einfach und hat ihn erwischt Hehehe Aber Wie war es dann? Einfach BAM Da BAM Du bist am Arsch Aber wie mein der Typ war am Arsch Ja schon Dann wurden wir halt verwundet dann aber Naja Ja Trotzdem am Arsch Hehehe Garten Wiese Leute sind scheiße da drüber Oder Mädchen eher Keine Ahnung Ich glaub da muss man vom Sprinten rausgehen Und dann Springt das so cool drüber Ich springe mal kurz drüber Ja Und ich Erstmal kurz Was ist das? Jo Da hab mir da keinen Hunger mehr Kein Hunger mehr Ich hab keinen Hunger und keine Durst mehr Nachdem ich die Cola getrunken hab Was? Ich bin immer noch gehydrated In Scheiß Ja hast du Durst oder nicht? Nee Also Dann heißt das du Dass du nichts mehr fährst Achso Dann bin ich praktisch schon über Okay Ja Dehydrated Und hydrated ist halt Ja Dass du Heuchtisch Okay So Jetzt hab ich auch keinen Hunger mehr Danke Wohlgenährt Zum Werfield Werfield ja Auf geht Auf geht Wie spielt einmal Okay Arbeit 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 Gern Freizehn Oh da ist schon das Erbbiel Ich weiß nicht Ähm Das ist zumindest die Mauer Ja stimmt Könnte tatsächlich sein Oh das ist schon ein Ami Lager Das ist das Erbiel Das ist das Erbiel Okay 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 Alter ist aber riesig Oh ja Warum hoppt sich meiner nicht hin? Wenn ich verarsche Hä? Meiner sitzt sich nicht mehr hin? Was? Du wächst gerade Okay dann kann es sein, dass ich ein bisschen die Verbindung verliere Ich krieg kein Wort Alter wo bist du? Okay bei mir ähh Ja jetzt Gehts jetzt wieder? Ja Habs ja lädst du gerade Pornos hoch Ja Ziemlich viele Ich habe gelbe Verbindungszeichen Sehr Ja klar Okay grad geht auch gar nichts mehr Ich seh dich Ich seh dich Ja du slidest bei mir so geil über dem Boden Als stehst du Ja Okay Stell mich mal hier in die andere rein Alter war ich nicht schon wieder los Gehts jetzt wieder? Ja Okay Naja ich seh dich jetzt auch wieder Okay Au Aber ich kann mich immer noch nicht hinsetzen Keine Ahnung Ähm weil du Ding noch drin hast In der Taste Ah okay Ah okay Weil ich weiß nicht wenn da einer ist Weil da sind Türen offen Weiß ich ob das was bedeutet Ja Eventuell ja Okay Mal die Waffen anschlagen Ja Ja Okay Sobald wir einen sehen Wenn Der eine Waffe hat Weil ich denk hier Wenn er jetzt aus dem Haus rauskommen würde Oder so Ich glaub einfach drauf halten am besten Ja Jo Jo Warte mal bitte kurz stehen Ja Ich hab gedacht weil ich hab irgendwie Dein Sound irgendwie Auf dem Falschen Ohr immer Ja Warte ein Headset falsch mal Warte mal Ja Wirklich Ich hab dich Warte mal Oh Mann du Da liegt M4 Moni Okay Ja ich hab auch ein Magazin So Ich schmeiß dich aber erstmal ein bisschen Na Revolver gub ich Nee doch nicht So So Guck mal das Zeug einfach mal weg Ich hab ein Gruiniertes First Aid Kit dabei Weiß ich ob das noch was bringt Oh ne Machete Oh nice Alter man hat schon wieder Hummer erst aufzufallen Was liegt denn hier Okay Olives Tactical Shirt Ja gut Machete brauchen wir dann noch Was ist jetzt hier noch Ah Auch nochmal N4 Ja gut Ach Auch nochmal N4 Ja gut Ach 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 Kohle Okay Ah ok da hinten sehen wir Ah der ist Bloß wenn wir jetzt Das Problem ist wenn wir jetzt einfach über den Hangar drüber oder wenn wir da drüber rennen Könnte sein dass da halt einer schon auf uns wartet irgendwie Oder eben halt sagt, ey, ich chill da mal Ja Wegenlaufen hier links welchen Ball ist Ja Zu Pfehl Super Ein grüner Rucksack wär halt auch noch dein Auf jeden Fall Aber ich weiß nicht, wer wird's Na gut, da hinten ist ja schon nochmal ein Häuschen Glaubst du, das eigentliche Problem bei der See ist, es sind noch nicht mal die Zombies Am Anfang ja, aber dann irgendwann Ja, das Problem ist einfach, es gibt noch zu viel